Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Schüler, warum müssen wir den ganzen Mist lernen? Lehrer, na um die Witze bei Big Bang Theory zu verstehen. Die dauernde G20 Berichterstattung in Hamburg auf N24 hat mich damals echt nervös gemacht. Wenn jemand zu der Zeit etwas über Hitler herausgefunden hätte, hätten wir das in dem Moment gar nicht erfahren. Wenn sich der Kassierer bei McDonalds 5 mal verrechnet und dann lachend sagt, Entschuldigung, aber genau deswegen arbeite ich hier. Ich glaube ich drehe durch. Nils, 33, Kameramann, macht heute keine Pause. Herr Doktor, sind meine Laborergebnisse endlich da? Ich sterbe von Neugier. Nicht nur deshalb. Was? Was? Du hast dich mit Schokolade vollgekleckert. Ich bin schockiert. Ihre Gehaltsvorstellung? Ich möchte ab Monatsmitte noch mit Karte und ich mit Strumpfmaske das Geld von der Bank abholen können. Ein ganz normaler Monopoly-Abend, 20 Uhr. Der Spaß steht im Vordergrund, los geht's. 20.15 Uhr, wenn du den Südbahnhof kaufst, steche ich dich ab. Meine nackte Freundin. Was macht dich mehr an? Mein schönes Gesicht oder mein geiler Körper? Dein einzigartiger Sinn für Humor. Ich suche nur Unterkunft. Advent, Advent, ein Auto brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht G20 vor der Tür. Und selbst wenn dann ganz Hamburg brennt, bleibt Trump doch trotzdem Präsident. Idioten. Ich bevorzuge Vanillepudding und auch sonst bin ich ein dreckiger Rassist. Hör auf dich über meine Größe lustig zu machen. Reg dich nicht auf. Wie wäre es, wenn ich dir zur Entspannung ein schönes Waschbecken einlasse? Denk dir mal bitte eine Zahl aus. 17. Gibt's schon. Alles ist gut, solange du wild bist. Außer bei einem Wildunfall. Da ist es schlecht, wenn du wild bist. Warum wurden sie angezeigt? Ich hab bei der Hochzeit den Strauß geworfen. Ist das nicht üblich? Der Besitzer des Vogels sagt nein. Du hast den Hund bei der Hitze allein im Auto gelassen? Nein, das Kind passt auf ihn auf. Gibt's beim Frauenfußball eigentlich auch Hooligans und illegale Absprache im Netz, wie Treffpunkt Südkurve, Karin bringt Blechkuchen mit? Ah, meine Hand blutet. Hier, nimm dieses Magazin. Wieso? Die Zeit heilt alle Wunden. Mich hat eine Mücke gestochen. Okay, dann sag ihr, dass ihr heute auf keinen Fall mehr Auto fahren darf. Ich wichs da mal ein Röntchen. Äh, was? Scheiß Autokarrektur, ich meine Stündchen. Weil die Erde rund ist, ist Weglaufen eigentlich ein Hinlaufen von voll weit weg. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.